Norddeutscher Rundfunk 2021 Musik Schönen Abend! Applaus 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 Herzlich Willkommen bei einer neuen Show der Science Plastas. Die Globalisierungsfalle über Erstverschlimmerer, spontane Selbstentzünder und Lichtfaster. Wir werden eine Reise durch die Welt der Pseudowissenschaft, des paranormalen Unternehmens und ein paar der ganz großen Fragen rund um diesen Themenkomplex für Sie beantworten. Unter anderem darf man mit einem homöopathischen Vollrausch noch Auto fahren? Und kann man sich beim Lichtfasten mit Energiesparlampen besonders kalorienbewusst ernähren? Sie sehen Forschung auf Weltniveau, wie immer dargebracht von den Science Plastas, der wohl komplementärsten Science Boy Group der Milchstraße. Mein Name ist Martin Bunzigam, ich bin auch heute der MC unserer Show. Haben mich auch heute wieder ins kleine Rosane gezwängt. Haben meine Plastiknippel für Sie appliziert. Nach heute habe ich meine beiden Kompagnons an meiner Seite. Zwei naturwissenschaftliche Antagonisten. Zwei Physiker wie Hund und Katze. Ich möchte fast sagen, es sind die Garfield und Odi der Physik. Begrüßen Sie mit mir von der Technischen Universität Wien. Und jetzt ist Professor Heinz Oberhoma. Und von der Universität Wien und dem Planetaren und den Sternwarten Wien zum US-Testlektor Direktor Werner Gruber. Sie haben im Rangordnungskampf gegenüber dem Herrn Professor ordentlich aufgeholt, sind Direktor der Sternwarten Wiens, des Planetariums. Der Professor hat's ganz gern, wenn ich auf der Bühne Herr Professor zu ihm sag. Soll ich jetzt auch zu Ihnen Herr Direktor sagen? Wenn wir realistisch sind, Direktor der Kufner-Sternwarte, Direktor der Oranier-Sternwarte, Direktor des Planetariums. Das waren drei Direktorsposten. In Österreich sagt man dann eigentlich Generaldirektor. Jetzt kennen wir uns schon ein paar Jahre. Es reicht, wenn's Direktor sagt. Vielen Dank, Herr Direktor. Gerne. Der Sommer rückt näher. Viele Menschen wollen noch abnehmen, wollen die Bikini-Figur erreichen. Es gibt auch viele andere Radikal-Kuren, um noch abzunehmen, um im Sommer gut in die Bademode zu passen. Zum Beispiel Lichtfasten. Dass man auf jegliches Essen und Trinken verzichtet. Das heißt, wenn man auf Lichtnahrung umstellt, hört man zu Essen und zu Trinken auf? Ja. Wovon lebt man dann? Da gibt es so eine geheimnisvolle Prana-Energie, also eine Lichtenergie, von der man sich laut Ansicht dieser Leute auch ernähren kann. Prana-Energie, woraus besteht die? Weiß kein Mensch. Das ist irgendetwas, das herbeigedichtet wurde. Und warum machen die Menschen das da? Das frag ich mich zwar auch immer. Eines ist klar, radikale Abmerkungskur, das versteht man noch. Dann gibt es auch, dass man in eine höhere Bewusstseinsstufe kommt. Oder sogar unsterblich wird, weil man nicht fastet. Und wird man unsterblich? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man dieses Lichtfasten betreibt, wenn man keine Flüssigkeit zu sich nimmt, nach drei Tagen hat man Nierenversagen. Das Immunsystem wird geschwächt. Der Blutzuckerspiegel sinkt. Man fällt ins Koma. Es ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. Das heißt, wenn man Lichtfastet, dann ist man eher bald einmal tot? Es gibt zwei Arten von Lichtfasten. Dann kann man sagen, die einen, die das ernst genommen haben, die sind jetzt tot. Und die anderen, die das überlebt haben, die sind Betrüger und Schwindler. Aber das sagen Sie jetzt als Naturwissenschaftler im Brust an der Überzeugung. Es gibt in Indien einen Yogi, der hat nicht eine Woche nichts gegessen und getrunken, nicht ein Jahr, 70 Jahre, damit sie das wirklich auszahlt, dass man die Küche auch vermieten kann, hat sich von Licht ernährt. Aber der ist jetzt auch überprüft worden in einem indischen Krankenhaus, von Ärzten kontrolliert, 14 Tage lang, und der hat das überlebt. Das war so eine eher komische Forschergruppe, bestehend aus der indischen Ärztekammer und dem Militär. Weil das Militär hat nämlich ein großes Interesse an den Lichtfasten, weil die brauchen dann keinen Nachschub, Essen und Trinken an die Front bringen, weil sie die Soldaten dort von Licht ernähren können. Nur bei Nachtwärtschen muss man noch eine Jause mitnehmen wahrscheinlich. Es ist ja tatsächlich überwacht worden, auch durch Videokameras, der war ja 24 Stunden im Bild, also er hat nichts gegessen, nichts getrunken. Die Videokameras, muss man ja fairerweise sagen, die haben ja schon die meiste Zeit überwacht, aber manchmal ist er auch aus dem Feld der Kamera gegangen, da ist er kurz verschwunden und dann wieder ins Bild gekommen. Und der Glam-Seer hat er kurz bei der Tür rausgeschaut und wenn ein Auto vorbeikommt mit Aufblendlicht, war das Essen auf Rädern. Der hat dann tatsächlich das überlebt, ohne Essen und Trinken. Interessanterweise hat der Versuchsleiter dort in dem indischen Krankenhaus eine Powerpoint-Präsentation im Internet vergessen. Und da drauf ist gestanden, dass der innerhalb dieser 14 Tage zehn Prozent des Gewichtes abgenommen hat. In der offiziellen Publikation ist gestanden, er hat er gesagt, dass er 10 Prozent abgenommen hat. Das war ein reiner Schwindel. Das wird man sich auch erwarten, was ein dünner Mensch innerhalb... 14 Tage abnimmt. 70 Jahre vorher hat er nichts abgenommen, und keiner war kontrolliert, hat er abgenommen. Es ist schon interessant. Es gibt die bekannte Formel E ist mc-Quadrat, kenn sogar ich. Also man kann aus Energie Materie erzeugen, also müsste man eigentlich auch als Licht Essen machen können. Nämlich, man atmet ja Kohlendioxid aus. Kohlenstoff, ja. Und man ist ja keine Pflanze oder kein Baum, dass man diesen Kohlenstoff wieder aus dem Boden heraussaugen könnte. Daher muss man den irgendwer setzen durch das Licht. Und wenn man das durchrechnet, dann kommt man drauf, ein Viertel Kilo Kohlendioxid, atmet man aus pro Tag. Jeden Tag? Jeden Tag? Dann wird man nur durchs Ausatmen ein Viertel Kilo leichter? Und da man jetzt diese Formel nimmt, eh ist es gleich entsenkt worden, dann kommt man drauf, dass um den Bedarf an Kohlenstoff für einen einzigen Tag zu ersetzen, müsste man sich eine Milliarde Jahre in die Sonne legen. Für den einzigen Tag! Für mich bedeutet das nach wie vor, wenn ich in der Nacht zum Kühlschrank gehe und dann zunehmend, dann ist auf jeden Fall nicht das Licht im Kühlschrank. Danke vielmals, Herr Rodesta! Seit geraumer Zeit ist es so, dass auch Homöopathie in den Ruf geraten ist, ein pseudowissenschaftlicher Hokus-Pokus zu sein, trotz beträchtlicher Erfolge auf dem Gebiet. Herr Gruber, wie hat es soweit kommen können? Was ist da passiert? Man muss sich vorstellen, 1700. Es hat zwei Arten von Behandlern gegeben, die... Das ist Jahr 1700 jetzt? Ja. Sie haben gesagt, man muss sich vorstellen, 1700. Kann man probieren. Es war keine Einheit dabei. 1700 nach Christus. Das ist die Einheit. Nach Christus ist eine SI-Einheit. Die Sekunde war die SI-Einheit. Dann rechnen Sie es um. 1700 in Sekunden. Herr Bontigam. Im Jahr 1700 ungefähr hat es nur... Plus minus 30 Jahre. Vor oder nach Christus? Bei Plus Minus ist Schaugebung. War nur ein Scherz. Im Jahr 1700. Plus minus 30 Jahre. Es hat es zwei Arten von Behandlung gegeben. Die Medizin, das waren die akademischen Ärzte. Die haben gesagt, esst weniger, bewegt sich mehr, schläfts mehr. Hat sich nicht viel geändert. Und dann hat es die Bade gegeben. Da ist man hingegangen, wenn man wirklich Probleme gehabt hat. Zaunweh. Das Problem war nur, dass der nicht nur den Zaun genommen hat. Sondern, wenn man Pech gehabt hat, ist auch das Kiefer gebrochen. Das heißt, bevor man zum Bader gegangen ist, hat man die Hinterlassenschaft der Regeln zu holen? Ja. Das ist nachgewiesen, dass wenn man Geld gehabt hat und sich die Bader leisten hat können, dass das kontraproduktiv war. Also man war gesünder, wenn man das Geld nicht gehabt hat, dass man sich nicht behandeln lässt. Es hat in dem Sinne eigentlich gar keine richtige Medizin gegeben, wie wir das heute verstehen. Dann hat sich Samuel Hannemann, der die Homöopathie begründet hat, der hat sich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Was könnte man machen, dass wir den Patientinnen und Patienten helfen? Ein Ding, was er ausprobiert hat, war Chinerinde, heute bekannt als Chinin. Dieses Mittel war auch damals schon bekannt, dass es bei der Malaria hilft. Malaria ist eine äußerst unangenehme Erkrankung, die zu Fieberschüben führt. Wenn man das hat, nimmt man Chinerinde oder prophylaktisch oder beides? Die Chinerinde nimmt man dann, wenn man Malaria hat. Vorher nutzt es leider nichts. Der Hannemann hat sich gesagt, was passiert, wenn ich Chinerinde nehme und keine Malaria habe? Ja und er hat sie genommen und interessanterweise zwei, drei Tage später bekommt er die Symptome von Malaria. Darauf hat sich Hannemann gesagt, aha, das Mittel, das die Krankheit heilen kann, kann sie aber auch verursachen, wenn man es nicht hat. Samuel Hannemann hat Chinerinde genommen, hat nicht Malaria gehabt und ist krank geworden. Genau so ist es. Er hat Malaria bekommen. Er hat Malaria ähnliche Zustände bekommen. Sie können das selber ganz leicht ausprobieren. Nehmen Sie Bitter Lemon, Indian Tonic, da ist Chinin drinnen und trinken das. Dann schauen Sie mal, ob Sie Malaria kriegen. Wenn Sie Malaria kriegen, bitte fahren Sie sofort ins Spital. Die hat man dann aber nicht vom Indian Tonic Bitter Lemon, sondern da haben wir es wirklich bekommen. Und das war dieses Ur-Experiment, auf dem Samuel Hannemann Homöopathie begründet hat. Genau so ist es. Er hat sich gesagt, das, was die Krankheit verursacht, heilt sie auch und jetzt geht es darum, den Körper zu stärken durch das sogenannte Impfen. Man gibt diese Substanz sehr, sehr stark verdünnt, der Körper kann sich daran gewöhnen und damit kann man das Ganze behandeln. Hannemann war ein starker Verfechter des Impfens. Viele Impfgegner finden Homöopathie oft lässig. Hannemann selber hat Impfen gut gefunden. Absolut. Hilft ja auch. Ist schon ein Konzept, was dahinter steht. Allerdings, dieses Experiment, auf dem man die Homöopathie begründet hat, ist falsch. Muss man leider sagen, es wurde tausende Male wiederholt. Man muss auch schütteln. Warum muss man eigentlich schütteln? Hannemann hat festgestellt, dass die Homöopathiker besser wirken, wenn er über besondere Straßen fährt. Nämlich dort, wo es extrem holpert. Wo er sich dachte, das entspricht dem, wenn es schüttelt. Erfolge gibt es ja trotzdem. Leute haben Schmerzen, gehen zum Homöopathen, der behandelt sie und danach sind die Schmerzen weg. Ja, vor allem chronische Erkrankungen. Bei diesen chronischen Erkrankungen haben wir einen Krankheitsverlauf. Da gibt es Phasen, wo es echt weh tut. Und dann gibt es Phasen, wo man sagt, das spürt man fast gar nicht. Herr Pontigam, wann gehen Sie zum Arzt? Ja, wenn es schlecht ist. Das heißt, wo Sie so auf der Spitze der Schmerzskala sind. Da haben wir alle. Nur, es ist dann vollkommen egal, was dort jemand macht. Es reicht, wenn man sagt, ich heile dich. Die zweite Möglichkeit, Sie gehen an einen Tag, wo es Ihnen bedeutend besser geht, weil Sie sagen, Sie haben gerade Zeit. Dann gehen Sie zum Homöopathen, lassen Sie was verschreiben. Und zwei Tage später fängt es an so richtig zum Wehten an. Rufen Sie den Homöopathen an oder die Homöopathinnen und sagen, bitte, Sie verschreiben mir was. Und dann tut es erst so richtig weh. Ja, wird Ihnen der Homöopathen sagen, das gehört dazu, das ist die sogenannte Erstverschlimmerung. Das heißt, Win-Win für den Homöopathen? Ja, aber los, los für den Patienten. Aber bei Kindern zum Beispiel helfen Homöopathiker besonders gut. Wenn die sich wehgetan hat, gibt man ihnen was. Oder wenn sie vorreisen und so weiter, und die sprechen besonders gut drauf an. Herr Pontigam, wenn Sie Kinder haben, die irgendwo von einem Ringelspül runterfallen, Wurscht, wie sich das Ringelspül draht, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie gehen zu dem Kind hin und beschimpfen das Kind, weil es blöd runtergefallen ist. Dann wird es dem Kind echt nur einmal so wehtun. Oder Sie gehen einfach hin und sagen, komm, jetzt entspann dich, jetzt beruhig dich einmal. Ist das einfach Stress abbauen, kann schon helfen? Viele Dinge, wo wir Beschwerden haben, sind stressinduziert oder wo es einmal kurzfristig wehtut. Und wenn man dann auf ein Kind einmal vielleicht, oder auch auf einen Mitmenschen, liebevoll und freundlich darauf einredet, ist das ganz was anderes, als zu sagen, so... Und wie ist das jetzt bei Tieren? Weil Tiere können ja nicht verstehen, was passieren sollte, dass man ihnen einen Homöopathiker gibt. Ich hab das selber erlebt, kommt eine Dame zu und sagt, Herr Gruber, ich kann Ihnen beweisen, dass Homöopathie bei Tieren wirkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das beweisen könnte, ich müsse nicht auf einen EU-Nobelpreis warten, ich könnte mir einen Frack anziehen und nach Stockholm reisen. Weil der Dame hat mir gedacht, boah, das war jetzt meine Chance. Das heißt, Sie hätten sich ausgefratschelt, hätten gesagt Danke und wären nach Stockholm gefahren und hätten eine Million Euro abgehoben. Sie sagt, ja, mein Hund ist zu Silvester immer so nervös. Sag ich, gut, ja, Knallerei, verständlich. Was haben Sie gemacht? Ja, ich hab ihm homöopathische Beruhigungstropfen gegeben. So, zeigt mir, kein Flaschel gibt mir's. Ich hab mir das durchgelesen. Aha, wie viel? Ja, vom Flaschel da einiges. Aber dann kommt, wie groß war der Hund. Auf dem Flaschel 80% Alkohol. Der Hund war angesoffen. Der Hund hat sich Wölster einmal so gefeiert wie die restliche Familie. Am nächsten Tag ein Hangover gehabt. Und wahrscheinlich Klobuli gekriegt oder wieder Tropfen. Aber was immer wieder erwähnt wird im Zusammenhang mit Homöopathie ist der sogenannte Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt ist einer der meist unterschätztesten Effekte. Placebo-Effekt. Doppelter Superlativ. Herzlichen Glückwunsch. Sie hätten sagen müssen, der meist unterschätztesten Effektisten. Was passiert beim Placebo-Effekt? Wir glauben etwas, dass es funktioniert. Und dadurch funktioniert es auch. Aber nur beim Körper bei Heileffekten. Also wenn man jetzt glaubt, man kann schweben. Nein. Beim Placebo-Effekt hat man festgestellt, der hängt zum Beispiel irrsinnig stark von Farben ab. Auch bei normalen Schlaftabletten mit einer wirklichen Substanz, wo wir wissen, dass die wirkt. Da hat einmal eine Firma Schlaftabletten rot eingefärbt. Die Schlaftabletten haben nicht wirklich gut geholfen. Es hat echt Patienten gegeben, die gesagt haben, ich nehme drei, vier und kann nicht einschlafen. Wie in der Farbe? Nur die Farbe rot hat vollkommen ausgereicht, weil rot ist aktiv. Medikamente haben immer typische, charakteristische Formen. Was beruhigen soll, eher blau. Was aktivieren soll, eher rötlich. Schwarze Medikamente gibt's definitiv nicht. Nicht einmal Kohletabletten. Wie würde man dann Schlaftabletten am besten einfärben? Blau. Mit einer Ausnahme. Bei den Italienern. Ja, nicht Asuro. Blau. Weil die Nationalmannschaft auch dieses Blau trägt. Und bei italienischen Männern das eher für Aufregung als für Entspannung sorgt. Eine Placebo-Schlaftablette, wo jetzt nur ein bisschen Zucker drin ist und sonst nichts, aber schön gepresst, schöne Packung, wirkt ungefähr in 50% der Fälle. Dass man das ersteigert, gibt's den sogenannten Schlaftrunk. Man reißt sich was auf, Pulver rührt um, man ist selber in die Behandlung involviert. 70%. Obwohl kein Wirkstoff drinnen ist? Kein Wirkstoffen. 70%. Eine Kapsel, die wirklich so groß ist, wo man sich echt überlegt. Boah, das ist dann 99%, dass man einschlaft, wann man's nimmt. Das heißt, bei hartnäckiger Schlaflosigkeit wäre dann wahrscheinlich ein faustgroßes Zäpfchen mit rauer Oberfläche das Mittel. Danke vielmals, Herr Grober. Morgen am 10. April würde Samuel Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie, Geburtstag feiern, wenn er's noch erlebt hätte. So feiern wahrscheinlich nur seine Fans. Herr Professor, wenn man mit Verspätung auf eine Party kommt, dann haben viele schon beim Trinken einen Vorsprung. Das ist unangenehm, man möchte aufholen, möglichst schnell. Entweder Alkohol direkt in die Blutbahn initiieren, da muss man aber wissen, was man macht. Oder man geht's homöopathischer an. Homöopathen haben ja gewisse Vorschriften und die nennen sie potenzieren oder dynamisieren. Ein einfacher Physiker, so wie ich sagt, verdünnen und schütteln. Wie verdünnt man da? Darum heißt es auch D1, das ist ein Zehntel verdünnt, D2 ist ein Zehntel, mal ein Zehntel verdünnt, ein Hundertstel verdünnt und so weiter. Wir machen aber gleich das Radikalere um ein Hundertstel verdünnt. Und was soll durch die Verdünnung bezweckt werden? Je mehr ich verdünn, umso intensiver, stärker wirkt es. D.h. man hat eine Urdinktur, Ursubstanz, die verdünnt man. Und wichtig, dazwischen muss man auch immer schütteln. Ich zeig Ihnen jetzt immer so Homöopathiker-Herstellen. Sie hantieren zwar nur mit Wasser, aber auch Theoretiker kann sich dabei schwer verletzen. Und dann hat man eine Urdinktur, das ist das Ausgangsmittel. Ich hab hier 94%igen Hum. Hier drauf, The Spirit of Austria. Ein destillierter Österreicher quasi. Das ist das eine Requisit. Und dann hab ich eine sogenannte Wegwerfpipette. Da geht ein Tausendsten Liter rein, also ein Milliliter. Verstehen Sie das? Ein Tausendsten Liter? Da zapf ich jetzt von dieser Urdinktur an. Gibt es in einer zehnten Liter Wasser. Wenn man tausendsten Liter in einen zehnten Liter auflöst, dann ist verdünn ein Hundertsten Liter. Das mach ich jetzt. Ich öffne die Flasche. Und das geht, ja, wunderbar. Durchgehend aufrechthalten bleibt mehr Flüssigkeit drinnen. Ich merke, dass verdünn ich um Schütteln, umso besser wird's. Ich hab da jetzt ein Tausendstel Liter in ein Zehntel hinein. Das ist jetzt schon C1? Das ist C1. Einmal um ein Hundertstel verdünnt. Wichtig ist aber, dass man dann auch schüttelt. Und damit Sie sich das vorstellen können, die Verdünnung, die jeweils erreicht wird, das wäre dieses Fläschchen, der Urdinktur, verdünnt in einer Badewaffe. Okay, und das schüttel ich jetzt einfach. Schütteln? Schütteln ist ganz wilder zwischen. Jetzt mach ich den selben Schritt noch einmal. Wieder ein Tausendstel Liter heraus. Und da hinein, das ist dann schon ein Hundertstel und ein Hundertstel. Ein Zehntausendstel. Dieses Flaschl verdünnt in diesen Schwimmbach. C3. Dieses Flaschl verdünnt in einen Dankwagen. Das ist keine Flasche im Dankwagen. C3. Nächster Schritt. Wie oft muss man eigentlich schütteln? Und dann laut Hahnemann, man kann zweimal schütteln. C4 ist eigentlich nicht so wichtig, aber muss schütteln. Das schon. Dann vom C3 auf C4. Jetzt haben wir schon verdünnt in den Öldandl. Dieses kleine Flaschl verdünnt in einen Öldandl. Nächster Schritt. C4 auf C5. Dieses kleine Flaschl verdünnt den größten See von Österreich über Attersee. Geil! Flaschl, den Attersee geschüttelt und dann über C5. Nächster Schritt. Nächster Schritt. Dieses kleine Flaschl verdünnt im Latogasee. Ich hab das auch nicht gewusst. Das ist der größte Süßwassersee in Europa. Wir haben auch Geografie bei diesem Versuch. Nächster Schritt. Wieder verdünnt und dann kommt man auf den Baikalsee. Der berühmte Baikalsee, der bekanntermaßen Deutschland teilt. Nächster Schritt. Nächster Schritt. C10. Dieses kleine Flaschl verdünnt in der Erdkruste. Sehr schön. Nächster Schritt. Dieses kleine Flaschl verdünnt im gesamten Volumen der Erde. In der gesamten Erdvolumen ist das kleine Flaschl. Immer noch nix. Hallo! Dieses kleine Flaschl verdünnt den größten Planeten des Sonnensystems im Jupiter. Und meine Damen und Herren, da drinnen ist das kein einziges Molekül mehr drin von diesem ursprünglichen Alkohol. Und da man jetzt auch auf? Nein, nein, nein! Es geht noch weiter. Mit Homopaten ist das gar nix. Nächster Schritt. C16. Dieses kleine Flaschl verdünnt im Volumen der Sonne. Nächster Schritt. Dieses kleine Flaschl verdünnt im gesamten Sonnensystem. Sonnensystem wieder geschüttelt. Nächster Schritt. C54. Dieses kleine Flaschl verdünnt in der Galaxie mit hunderten Milliarden Sternen. Immer noch nix. Nächster Schritt. Dieses kleine Flaschl verdünnt in den gesamten Universum. Nächster Schritt. C100. Dieses kleine Flaschl verdünnt in hundert Billionen Paralleluniversen. Das ist 200. Ich hab eine ganz liebe Introle, Sophie heißt die. Sophie kommt nur vorbei. Ich hab ja das daheim geübt. Und sie sagt, opa, was machst du denn da? Habe ich halt das erklärt. Haben Sie auch mit Rom geübt, oder? Nein! Aus pädagogischen Gründen mit Himbeersirup. Und dann habe ich gesagt, so viel, pass auf, die Himbeeren wirken da stärker als im ursprünglichen Himbeersirup. Habe ich mich groß angeschaut, leicht erschreckt. Habe ich gesagt, Opa, du glaubst das aber nicht. Habe ich gesagt, nein, ich glaube das nicht, aber es gibt Erwachsene, die das glauben. Hat sie kurz nachgedacht, hat sie gesagt, das sind aber dumme Erwachsene. Habe ich gesagt, nein, nein, das sind keine dummen Erwachsene, das sind Homöopathen. Jetzt müssen wir aber auflösen, Ihr Experiment, der homöopathische Vollrausch, der Rum verdünnt auf C12, das heißt laut Theorie, laut Ansage, wenn ich das jetzt ex trinke, dann müsst ihr eigentlich sofort ein Kapitalfetzen aufziehen. Und? Ex? Gut. Und? Ich vertrag relativ viel. Muss man sagen, Komasaufen für Leichtgläubige, das ist ein homöopathischer Vollrausch für Schüttler. Danke, Rüben, der Publisher. Das war's auch von uns für diese Woche. Das nächste Mal wenden wir uns den Tieren zu, wo wir unter anderem untersuchen, ob man mit Atheisten für ausgewogene Ernährung bei Kirchenmäusen sorgen kann. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Dankeschön. Applaus Herr Drober hat einen Witz auf der Pfanne, bitte sehr. Meine Damen und Herren, sitzen ein paar Uranatommel auf einer Parkbank, plaudern ein bisschen, auf einmal kommt erneut dran vorbei, schreien die und kreischen die, du Spalter, du! Herzlichen Glückwunsch! Applaus